Heiterin kommt zurück zu den letzten Plätschern ein Block bei den unseres Niederlanden Prozent zusammen mit dem Lennart und dem Ex-O-El-P die Welt von den Hunderten vorgesehen ich habe auch noch ein Eier übrigens er hätte in Städten legen aber er ist nicht erbauen oder so und das Bett ist nur bei mir nicht oder denn wir hast du nur drei Beine haben ja auch das Bett ist nur dafür da dass sie nicht er hat neben der Insel an das wurde auch auf der Map so beschrieben dass man es machen sollte ich weiß gar nicht ob Kip in den Tobi an ist deswegen ähm äh tue ich mir lieber das ganze Zeug hier weg Mongos nein ich finde es schwer ich finde es schwer du Scheiß warte lass mich leben warte 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 ich hab Axt und sowas dabei nein hallo lass mich leben stirb nein ich hab Axt und so weiter dabei lass mich lass mich Alter das war ich nicht Alter seid ihr dumm Alter seid ihr dumm er ist dumm ich hab gesagt stopp ich hab damit nichts zu tun und ich hab doch irgendwas dabei was hat ich dabei hatte ich ein Eimer dabei ist da ein Eimer in der Truhe was glaube ich ja gut dann hatte ich hatte ich irgendwas dabei ey ich guck jetzt ganz kurz in der Aufnahme bis gleich ja ja jetzt kommt das Intro übrigens nach einer langen Zeit bis gleich so sind wir wieder ich habe nur eine Truhe dabei also ist das egal so ich hab hier die Steinspiegel ey wäre jetzt alle Steinspiegel weg jetzt Mitte die Krüte schubs ich muss Stein abbauen Dingens äh äh das wär jetzt dumm nichts nichts abbauen wartet ich hab die Einsätze wo ich die Lavaquelle ah die Wasserquelle ist da drin ich muss jetzt die Wasserquelle kurz und nicht rüber gehen ich so kurz die Wasserquelle äh ihr könnt ja in der Zeit ein paar Bäume abfahren wartet ich brauch die Wasserquelle der Tod nicht mehr hoch ok das ist ein gutes das ist eigentlich nicht extra runter springen falls die Räder von Skatt nicht kennt falls nicht dann läser ich dir jetzt mal durch er will sonst nichts zu tun Hilfe ich bin auf dem Wasser ich bin auf dem Wasser wie hier tschüss 6 Uhr wo sind denn Bäume ich hab aber die Melone mitgenommen zu blind? nein hast du nicht ich weiß hast du das gemacht natürlich schon gebraucht zwei Kabel, drei Kabel, zwei Kabel, zwei Kabel, zwei Kabel, eine Axt wer du möchtest beim Abfahren? ja oder nein? ja klar ok eine Axt für den Lennart da drüben ich hab ne Fackel bitte schon äh nimm dir die Axt und dann in die Truhe ich fahm paar Kobbelstern extra was möchtest machen ist mir egal und was warte 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 du fahmst Kobbelstern und dann mach ich das spannender und mach das niederbote an ok das nennen ah ne geht noch gar nicht ich brauch dafür den Werber immer und den brauchst du zum bisschen blöd der hat ja er sagt warte ich hol mir mal kurz ein paar Kobbelstern ich geh jetzt in dein Name rein ja gut extra das ist eine Aufgabe gegeben gemacht Dankeschön irgendwas hat nicht gebraucht ich hab uns jetzt längst euch den vielleicht nicht drunter schmerzen, nein ja setz den ja setz das gut ah 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 der Enverment aus der Welt gefallen so Mann ich wollte dich nicht äh also das hier kommt jetzt übrigens das erste Mal statt Adventure Map und nicht statt irgendeinem anderen Scheiß äh was für'n Scheiß äh äh statt irgendwie Let's for Minecraft was macht ihr? ja da hinten sind richtig viele Monster oh das ist echt blöd ey nix nein 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 äh auf jeden Fall guck dir das mal an äh die fallen alle runter von Peilinformationen und zwar zum Beispiel kommt äh äh ich hab ja 50 Abonnenten erreicht und das 50 Abonnenten zum Beispiel kommt jetzt erstmal nicht weil Leonard nämlich bald im Urlaub ist und ich noch ein paar Sachen dafür vorbereiten muss und so weiter ähm deswegen wird es erst später kommen nach den Ferien ja das war dumm das wollte ich doch gar nicht machen jetzt hab ich was Falsches gecrafted äh ich wollte Alter bin ich blöd ach egal braucht ihr Steinwerkzeug ich mach ich mach euch kurz Steinwerkzeug okay ihr könnt ja Holz abfahren und dann ein Haus bauen schon mal irgendwo da drüben hab ich ne Fläche gemacht darf ich ein Haus bauen? cool okay ihr könnt zum zweiten Haus bauen nein warte okay dann ist das ein Haus von mir und Leonard oder nee warte warte ich mach euch beiden Steinschwerter und dann könnt ihr ähm hier schon mal Monsterfarm spinnen wir brauchen ja Schnüre für Betten und so weiter habt ihr Holz? ja ich hab Holz kannst du mir mal was geben? kurz eine Planke aber schön so ich mach euch kurz zwei Steinschwerter so ihr könnt ja schon mal das Haus bauen dann haben wir schon mal ein Achievement weg ein Haus bauen ist ein Achievement ja Bilde Haus ist aber mein Haus nein ist nicht dein Haus wer möchtet eine Schwitzhacke? Exo möchtet eine Schwitzhacke oder Leonard? ich möchte eine okay Exo hat zuerst gesagt du kriegst ja angenutzte ahja Steinschwert hier Exo noch hinter dir und Leonard hier Steinschwert ich bin blöd egal fast runtergelaufen so jetzt holen wir kurz ein paar Cobblestone so 20 Stück und dann macht drüben das Niederbuchtal an oder erstmal Spinnfarm? ich weiß nicht möchte wer Cobblestone kloppen? kloppen? ja kann ich gleich machen ich will jetzt erst mal Spinnfarm was das machen? ja lehrt nach dem Markt also Spitzer Kielchen ich brauche ein Holzstück hat wer Holz? Exo hat mir zwei Holzplanken geben Hono 2 4 6 6 6 doch schön schon vielleicht so ein Haus machen und dann aber trotzdem unterteilen ja klar mit Räumen und so weiter jeder hat einen Raum oder so aber trotzdem erstmal das Haus für alle also Dreckkoppels braucht dich leer sorry kannst du mit Dreckkoppels geben leer Dankeschön und ich würde dahinten wieder zu bauen bevor du irgendwas falsch ist abbaust ja 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 so ach jetzt bräuchte ich viel Levanten nee erstmal Spinnfarm so das wollten wir jetzt falle ich gleich runter mit dem ganzen Steinzeug oh hier ist ein Baum gewachsen erst mal den Baum abschlagen falsch reinfolge so oh pfff ich hasse die Skelette ne keine geschossen ah 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 nein nicht nein noch nicht Mann ey oh danke Expo das hätte ich zwar gleich gemacht aber okay Dankeschön nein oh Spinner ja Spinn Töten 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 nicht unterhalten also dann auf schön zwei Schnüre ne ja wie komm ich jetzt hier wieder her du musst also kein also kein Baumaterial doch ja das muss ein Baum bauen dann wieder wegbauen also mit dem Anzeigen noch nicht gemacht ne da man sich aber den Koppel weg und bauen wieder hin ich kriege ja das Holz nicht mehr das da jetzt ist ich kriege ja das Holz nicht mehr das da jetzt ist nicht viel Stein soll ich fahren oh Spinne äh so viel wie du möchtest also wir brauchen wir sollten immer pass auf ich muss mich regenerieren ich bin runtergefallen schade nein du hast Schnüre dabei ja zwei Schnüre vierzig Holz und sieben Kabel es ist okay wenn ich mich regeneriere weil ich habe nur vier Herzen okay ich habe es aufgegriffen egal ich bin nochmal hä legt euch ins Bett also es ist nicht zum äh ihr dürft euch nicht damit die Nacht überspringen oder so nur damit ihr immer nicht immer runterfallt das auf der Skyblock Seite so beschrieben dass man es machen soll also es ist legitim das soll man so machen boah wie viele Monster da sind jetzt frag ich mich immer noch wie ich müsste die Leer die Lärme führen damit ich da hinten äh das Niederportal anmachen kann oder? machst du das mit Lava an? ja wie denn sonst naja es gibt ja keine Eisen hier ne ne außer wir zirken ganz viele Zombies extra möchtest du nicht irgendwie die Steinschwert haben oder so? naja bitte ja warte ich tue ich bin aber denen gibt es ja trotzdem kein Flint das stimmt Flint gibt es nicht aber ich könnte es irgendwann ein Eisenschwert machen nein was hast du gemacht? ich bin runtergefunden extra ey ah ja Leid wie viel Koppels hast du? äh 37 kannst du ja vielleicht gleich extra ein bisschen abgeben oder können wir ein bisschen hier ausbauen damit finde ich dauernd roter Wald äh ich mach dich ein Steinschwert wenn ich zwei Steine hab nein danke ich hab das Gefühl der Sprung es nicht machen ich mach dich ein Steinschwert dann danke danke so warte kannst du mir auch Koppels geben weil ich will das Haus weiter ausbauen er hat die Koppels ich hab oder meinst du holzplank holzplank in den anderen ich kenne die doch alle die sind in der Kiste selbst auch die Insel ausbauen wenn du einer schlubst ich baue ja alles was soll am besten machst du Rand er hat weil Rand ist am sichersten also hier vor allem das Stück hier zwischen machen mach hier ich würde sagen mach hier noch eine Reihe dran dass es drei breit ist bis hier würde ich sagen und dann äh noch Rand also nicht ist reitig mit dem Koppel aber ich muss noch ein bisschen Rand weil hier fällt man dauernd runter kann ich den Spitzer kommt Schwerd ne Schwerd habe ich schon warte mach ich dir gleich uh zum Beispiel Fleisch äh hilft irgendjemand von dem Fleisch dass er sich regeneriert oder ne ne lehrt ihr wo sollen wir es eher eine Truhe sammeln jetzt gerade ja er und übrigens keine Melonen oder sowas essen ist klar und jetzt mal die beiden zum Beispiel ich das darf weil dann habe ich mir vor das Leben ja übrigens äh warte wie viel Erde haben wir kann ich drei Koppel Lennart Holzroh, wir haben noch Holzkohle, das wir haben alles 20 Torch, wie viele haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht acht Torches ey komm wir machen noch ein paar Slena hat jemand auch Ho-Holz ne ok ey das für uns wie ein sündigt ô menio collectin bist denn es glaube ich spart der der versatur ihç nicht tröhr T Mon nächster cado wie viel hast du alle darf ich hier Prozent kurz die Lava Quelle entführen immer wer das Holz kann ich Prozent drei Planken haben dann dafür geht er mich jetzt in der Hand nur noch das sind wo gibt es ein Eisen eigentlich gibt es nicht man muss es mit Lava anzünden also Lava und dann äh Holzplanken die Sägelehrung nicht jetzt leider die Lava entführen das in Ordnung ist es in Ordnung also gerade nichts zu tun aber wie viel wollen wir müssen die Kraft wo hatte welche Zeit runtergefallen 64 glaube ich oder warte ich kann kurz nachkommen Prozent Lenni-Joder schlagen ich auch mal den Bonn-Millelden einmal dabei ja für mich kommt ja ich hab schon jetzt 1 20 gekauft kann ich die Axt haben auch bevor du dahin gehst in meiner Art ist eigentlich ein Steinjahr Warte wenn ich jetzt hier runterfalle ne dann war's das und ich brauche nachher Wasser Scheiße äh ich hab Steine dabei du kannst einfach okay jetzt mal die Treppe bauen äh ja ja ich muss mir grad mal gucken kannst du mir ganz kurz ein paar Steine geben wenn ich viele nur ein paar wenn ich das ein bisschen absichern kann darf ich jetzt Steine bauen ja klar ne geht nicht da die Lava fehlt ich bin draußen es braucht kurz danke Herr ich hab jetzt noch einen Stein hochbauen noch einen so viel braucht es mir auch nicht geben hier oder hier noch ein ich muss grad gucken ich kann nicht gleich noch mehr geben glaub ich aber wie geht das denn das wirklich funktioniert das hier der müsste an dieser Seite hier brennen wie schaffe ich das an dieser Seite brennt hm boah das ist voll schwer pfff ich könnte oder alter ist voll schwer ich könnte auch machen dass der Block hier brennt und dann ne das geht nicht hm oder reicht das wenn der hier drin der Block brennt das geht nicht wenn der Block direkt daneben brennt geht das ich hoffe wenn der hier jetzt brennt wie kann ich den zum brennen kriegen den kann ich zum brennen kriegen indem ich hier so mache ne oder jetzt aber nicht effizient eigentlich stimmt auch gar nicht kann ich Glas machen oder wofür brauchen wir den Sand den brauchen wir für eine Zuckerrauffarm vielleicht weil ich keine Erde dafür verschwenden möchte ok wir also äh Glas ist ja sowieso nicht so äh nötig ja aber es sieht schön aus ja das stimmt aber dann würde ich erstmal erst Glas machen wenn wir alles haben was wir von Glas brauchen du kannst gerne schon mal 16 Glaspennels machen weil das ist sowieso ne Aufgabe das kannst du machen ich will 16 Glas machen das nein nein 6 Glas sind 16 Glaspennels achso Glasscheiben ja das ist ne Aufgabe so jetzt muss ich ja mal hoffen dass das funktioniert mit der Lauer die Lauer müsste jetzt oh bitte bitte brenn gleich Portal brenne scheiße das dauert vielleicht ein bisschen nee nee der Block hat ja gebrannt aber der ist jetzt weggebrannt äh wie könnte man es denn noch machen das ist ja denn ja das ist ja es ist ja ja ich das ist ja